Wenn wir hier auf der Stubnitz sind, wollen wir natürlich nicht versäumen, den ursächlichen Sinn oder der ursächlichen Bestimmung der Stubnitz gerecht zu werden. Und dieses gesamte Equipment, was also hier sehr, sehr nach ganz alter Technik aussieht, dieses ganze Equipment, das war eigentlich das, wofür die Stubnitz eigentlich gebaut worden ist. Hier ging es darum, Fische zu orten, Fische zu fangen. Und diese Teile, die wir hier sehen, heißen auch Fischlupe, dieses Teil. Und dieses Teil sind zwei sogenannten Fischlupen. Hier sieht man das grafische Aufbereiten. Ja, was ist das? Das ist im Prinzip die gesamte Sonartechnik, die hier existiert. Alles, was also hier an Echo-Sound, sagt man jetzt auf Englisch, da war, die damals im Prinzip nach unten geschaut haben. Und durch diese Reflexionen der Fischschwärme, dann diese Fischschwärme hier auch sozusagen zur Anzeige bringen konnten. Und die Kollegen damals, also die Nautiker, waren so erfahren, dass sie anhand dieser Darstellung, die hier im Prinzip zu sehen ist, erkennen konnten, welche Arten von Fischschwärmen sich dort befinden, die sie fangen wollten. Also es ist fast nicht zu glauben, ich bin selber, bin ja kein Fischer, aber ich weiß es, weil ich einen sehr guten Kollegen habe, der aus dieser Branche kommt. Und die waren so gut drauf, dass sie erkennen konnten, welche Schwärme dort unterwegs waren und dort gezielt sozusagen diese Fische fangen konnten. Was haben die zu DDR-Zeiten oder was hat das Fischkombinat Rostock hauptsächlich gefangen? Das kam auf das Fanggebiet an. Also die Schiffe waren unterwegs in Westafrika, also vor Angola zum Beispiel. Dort wurde viel Fisch gefangen, Makrele hauptsächlich oder alles, was dort im Prinzip vorhanden war. Es war nicht alles für den DDR-Markt bestimmt, sondern wurde international sehr gut verkauft. Und ein großes Fanggebiet auch im Nordatlantik vor Neufundland oder vor Kanada. Dort wurde hauptsächlich auch Makrele gefangen und natürlich auch dort Kabeljau. Alles, was so im Prinzip dort im Nordatlantik als Hauptfisch vorkam. Im Prinzip hat man alles gefangen, aber man hat natürlich sich auf bestimmte Fischarten, die dort vorkamen, natürlich konzentriert, die natürlich auch auf dem Markt gefragt waren. Ja, was haben wir hier noch? Also so viel dazu. Dieses Teil ist auch heute noch nutzbar. Es ist also noch sozusagen verfügbar. Dieser Echo Sound ist also faktisch, auch wenn man heute noch wissen möchte, wie viel Tiefe unter dem Schiffsboten der Stubnitz bis zum Grund des Meeres oder Grund des Flusses oder wo die Schüppmüse sich jetzt bewegt, noch da ist, könnte man dieses Echo-Load auch in Betrieb nehmen und könnte das also heute noch zur Anzeige. Also das ist noch voll funktionsfähig. Die anderen Geräte sind mehr oder weniger schon seit vielen Jahren außer Betrieb genommen. Was natürlich noch funktioniert, sind diese Teile. Die sind natürlich notwendig für die Kommunikation. Kommunikation funktioniert zum größten Teil oder eigentlich hauptsächlich über Funk, UKW in diesen Formen vorgeschrieben. Hier die UKW-Geräte, die also auch zertifiziert sein müssen. Kanal 16 ist der sogenannte Seenotkanal. Auch diese Geräte müssen vollumfänglich funktionsfähig sein. Hier hat man das sogenannte Seenot-Signalgeber. Also das ist ein Equipment, was also nicht mehr aus den Uhrzeiten der Stubnitz steht. Das ist sozusagen nachgerüstet. Hatte ich auch schon mal erklärt, dass man also hier Technik nutzen müssen, die also den modernen Anforderungen an die Navigation und Fahrtfähigkeit gerecht werden. Dieses Teil allerdings funktioniert auch noch. Ist ein polnisches UKW-Gerät. Hier sieht man sehr schön Y4HK. Multimedia bekannt. Stubnitz ist mit dieser Ziffern- und Buchstabenfolge hier bekannt. Yankee 4 Hotel Kilo. Das ist nach dem internationalen Buchstabieralphabet genannt. Yankee 4 Hotel Kilo. Das ist das Rufzeichen der Stubnitz. Also man hatte international, jedes Schiff international hat ein sogenanntes UKW-Rufzeichen. Und das Rufzeichen der Stubnitz international ist auch heute noch gültig. Heißt Yankee 4 Hotel Kilo. Ich habe mir sagen lassen, es gibt sogar richtige Fans von der Stubnitz, die sich dieses Rufzeichen auf die Haut tätowieren lassen. Also das ist, da muss man echter Fan sein. Ja, da muss man echter.